Hallo und herzlich willkommen zu Carsten und Pauls Rundgang! Paul und ich sind heute mal wieder durch den Neubau gelatscht und wollen euch mal zeigen, was sich denn alles in letzter Zeit noch so geändert hat. Da haben wir einmal den Fahrstuhl. Da haben wir einmal noch so einige schöne Dinge in den Räumen. Der Putz ist neu, die Planen sind weg und es ist alles viel schöner geworden als vorher. Aber davor war eigentlich gar nichts, also kann eigentlich gar nichts schöner sein als vorher, weil er war eigentlich... ...paradise in hell... ...and so again and again... ...we're playing this game... ...we wanna see our name... ...in the Rock and Roll Hall of Fame! ...